Viele Unternehmer denken, ich bin im Internet gut zu finden. Schließlich habe ich ja eine Webseite. Alles andere, Google Places, AdWords, Online-Branchenbücher, das brauche ich alles nicht. Ich bin ja nur ein kleiner Betrieb. Aber stimmt das auch? Nach Produkten und Dienstleistungen wird heute zuerst im Internet gesucht. Warum? Warum? So spontan, wie sich die jeweiligen Bedürfnisse ergeben, so dringend sind sie meistens auch. Der Kunde will schnell und in unmittelbarer Nähe finden, was er gerade benötigt. In der meistgenutzten Suchmaschine Google schränken Nutzer deshalb ihre Suche fast immer lokal ein. Wenn es in der näheren Umgebung keine Treffer gibt, zieht die Suchmaschine immer weitere Kreise, bis sie schließlich fündig wird. Oft erst in der Nachbargemeinde. Der Bürger wird seine Leistung woanders erwerben, obwohl es in der Nähe passende Anbieter gegeben hätte. Schade. Und schlimm genug für den Unternehmer. Die Gemeinde stellt die Infrastruktur für Firmen und Bürger zur Verfügung. Die Unternehmen sorgen für Arbeitsplätze, machen Gewinne und zahlen davon Steuern. Der Bürger selbst bezahlt ebenfalls Steuern und kauft Produkte und Dienstleistungen von den Unternehmen. Dieses System ist in Gefahr, wenn die einfachsten Möglichkeiten modernen Online-Marketings verschlafen werden. Den Kunden zieht es dorthin, wo sein Bedarf gedeckt werden kann. Dem Gewerbe gehen so Einnahmen verloren, vielleicht sogar so viel, dass es Stellen abbauen oder ganz schließen muss. Die Gemeinde verliert dadurch Steuereinnahmen und kommt selber auch in Schwierigkeiten. Das ist der Grund, warum so viele Städte und Gemeinden eine Kooperation mit Cityguide eingehen, um die Unternehmen im Internet für die Bürger sichtbar zu machen. Für die Reichweite im mobilen Internet hat Cityguide die City-App entwickelt. Ein multifunktionales Städteportal, in dem Unternehmen sich zeitgemäß präsentieren können, um auch für den Kunden, der gerade unterwegs ist, auffindbar zu sein. Damit öffentliche Hand, Wirtschaft und Bürger gleichermaßen von den Möglichkeiten der heutigen Zeit profitieren können, Cityguide – die Marketingagentur für Gewerbe, Städte und Gemeinden. 10. 10. 10. 11. 12. 29. 20. 30. 20.